Mit über 20 Jahren Erfahrung im Metall- und Glasbau konnten wir uns von der Giga Metallbau solide Wissenswerte aneignen. Diese geben wir an unsere Lehrlinge aus, die ihrerseits neue, kreative Elemente in die Firma einbringen. Dazu gehört auch ein einmonatiges Praktikum in Afrika, wo wir uns gemeinnützig engagieren. Unsere Produkte entwickeln und produzieren wir in Heimberg und montieren sie mit unseren Montage-Equippen schweizweit. Wir bieten Beratung, Entwicklung, Planung, Fabrikation und Montage aller Art von Treppen-, Metall- und Glasbauarbeiten an. Dank unserem Know-how finden wir die passende Lösung für jedes Budget. Für uns steht die Beziehung zum Kunden im Mittelpunkt. Dies als Voraussetzung, um individuelle Bedürfnisse und einzigartige Projekte zu ihrer Zufriedenheit abschliessen zu können. Giga Metallbau – Wir verbinden Lebensräume. Musik Die Know-how